Hier sind drei Sternzeichen, deren hohe Schwingungen die tiefste Verbindung mit der spirituellen Welt herstellen können. Astrologie und Spiritualität sind Themen, die seit jeher Menschen fasziniert haben. Es gibt etwas Mystisches und Unfassbares, das uns anzieht und uns gleichzeitig tief berührt. Wenn du dich jemals gefragt hast, welche Sternzeichen die tiefste Verbindung zur spirituellen Welt herstellen können, dann bist du hier genau richtig. In diesem Beitrag möchte ich dir drei Sternzeichen vorstellen, deren hohe Schwingungen ihnen eine besondere Verbindung zur spirituellen Welt ermöglichen. Vielleicht findest du dich selbst oder jemanden, den du kennst, in diesen Beschreibungen wieder. Fische Die mystischen Träumer Fische sind bekannt für ihre tiefgründige Natur und ihre starke, intuitive Begabung. Als letztes Zeichen des Tierkreises tragen sie die Weisheit aller vorherigen Zeichen in sich. Diese Tatsache allein verleiht ihnen eine immense spirituelle Tiefe. Intuition und Empathie Fische haben eine außergewöhnliche Fähigkeit, die Gefühle und Gedanken anderer Menschen zu erspüren. Ihre Intuition ist wie ein sechster Sinn, der ihnen Einblicke in die spirituelle Welt gewährt. Wenn du ein Fisch bist, hast du wahrscheinlich schon oft erlebt, wie du Dinge wusstest, ohne dass dir jemand etwas gesagt hat. Diese intuitive Begabung ermöglicht es dir, tiefe Verbindungen zu anderen Menschen und zur spirituellen Welt aufzubauen. Träume und Visionen Ein weiteres starkes Merkmal der Fische ist ihre ausgeprägte Traumwelt. Ihre Träume sind oft lebhaft und bedeutungsvoll, manchmal sogar prophetisch. In diesen Träumen erhalten sie Botschaften aus der spirituellen Welt. Wenn du dich darauf einlässt, kannst du lernen, diese Träume zu deuten und die darin enthaltenen Weisheiten in dein tägliches Leben zu integrieren. Verbindung mit dem Universum Fische haben ein tiefes Verständnis für die Einheit des Universums. Sie spüren die Verbundenheit aller Dinge und Wesen. Diese Erkenntnis ermöglicht es ihnen, auf einer tieferen Ebene mit der spirituellen Welt zu kommunizieren. Meditation, Gebet und spirituelle Rituale sind für Fische besonders kraftvoll, da sie ihnen helfen, ihre Schwingungen zu erhöhen und die Verbindung zum Göttlichen zu stärken. Skorpion Die geheimnisvollen Transformatoren Skorpione sind bekannt für ihre Intensität und ihr tiefes Verständnis für die verborgenen Aspekte des Lebens. Ihre Fähigkeit zur Transformation und ihr unerschütterlicher Wille machen sie zu mächtigen spirituellen Wesen. Tiefgründige Selbsterkenntnis Skorpione haben eine bemerkenswerte Fähigkeit, tief in ihr eigenes Inneres zu blicken und die verborgenen Teile ihrer Seele zu erforschen. Diese Selbsterkenntnis ermöglicht es ihnen, alte Wunden zu heilen und spirituell zu wachsen. Wenn du ein Skorpion bist, hast du vielleicht schon oft das Bedürfnis verspürt, dich intensiv mit deinen eigenen Schattenseiten auseinanderzusetzen. Diese innere Arbeit ist der Schlüssel zu deiner spirituellen Entwicklung. Kraft der Transformation Die Fähigkeit zur Transformation ist ein zentrales Merkmal des Skorpions. Du hast die Gabe, dich selbst und dein Leben immer wieder neu zu erschaffen. Diese transformative Kraft erstreckt sich auch auf deine spirituelle Reise. Durch Rituale, Meditation und tiefe Reflexion kannst du alte Muster loslassen und Platz für neues, spirituelles Wachstum schaffen. Magie und Mystik Skorpione haben eine natürliche Affinität zur Magie und Mystik. Sie fühlen sich oft von okkulten Praktiken und spirituellen Ritualen angezogen. Diese Praktiken helfen ihnen, ihre spirituellen Fähigkeiten zu stärken und ihre Verbindung zur spirituellen Welt zu vertiefen. Wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, kannst du lernen, deine eigene magische Kraft zu nutzen und deine spirituellen Schwingungen zu erhöhen. Wassermänner sind bekannt für ihren innovativen Geist und ihre Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ihr fortschrittliches Denken und ihr starkes Bewusstsein für das Kollektiv machen sie zu außergewöhnlichen, spirituellen Wesen. Visionäres Denken Wassermänner haben die Fähigkeit, die Zukunft zu sehen und innovative Ideen zu entwickeln. Diese visionäre Begabung erstreckt sich auch auf ihre spirituelle Reise. Wenn du ein Wassermann bist, hast du wahrscheinlich oft das Gefühl, dass du eine besondere Mission hast, um die Welt zu verändern. Deine Visionen und Ideen sind oft inspiriert von höheren spirituellen Wahrheiten. Verbindung zum Kollektivbewusstsein Ein weiteres starkes Merkmal des Wassermanns ist seine tiefe Verbindung zum Kollektivbewusstsein. Du spürst die Energie der Menschheit und hast ein starkes Bedürfnis, das Bewusstsein der Welt zu erhöhen. Diese Verbindung ermöglicht es dir, spirituelle Einsichten zu erhalten, die weit über das individuelle Bewusstsein hinausgehen. Durch Meditation und spirituelle Gemeinschaften kannst du diese Einsichten vertiefen und teilen. Kreative Spiritualität Wassermänner haben eine natürliche Affinität zur Kreativität. Diese Kreativität kann ein mächtiges Werkzeug auf deiner spirituellen Reise sein. Durch künstlerische Ausdrucksformen wie Malen, Schreiben oder Musik kannst du deine spirituellen Erfahrungen verarbeiten und deine Schwingungen erhöhen. Kreativität öffnet dir die Tür zu neuen spirituellen Dimensionen und hilft dir, deine Verbindung zur spirituellen Welt zu stärken. Wenn du dich selbst oder jemanden, den du kennst, in diesen Beschreibungen wiedererkennst, lade ich dich ein, tiefer in die spirituellen Praktiken einzutauchen, die dir am meisten entsprechen. Meditiere, reflektiere und verbinde dich mit dem Göttlichen auf eine Weise, die sich für dich richtig anfühlt. Die spirituelle Welt steht dir offen und deine hohen Schwingungen sind der Schlüssel zu ihrer Erkundung. Nutze diese Gaben, um nicht nur dein eigenes Leben zu bereichern, sondern auch die Welt um dich herum zu einem bewussteren und spirituelleren Ort zu machen. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Reise zur spirituellen Erleuchtung nicht immer geradlinig ist. Es gibt Zeiten, in denen du dich vielleicht verloren oder abgekoppelt fühlst. In diesen Momenten können die Eigenschaften deines Sternzeichens dir als Anker dienen. Ein Fisch kann auf seine Intuition hören, ein Skorpion kann sich der Transformation hingeben und ein Wassermann kann sich auf seine Visionen stützen. Diese inneren Ressourcen helfen dir, dich wieder mit deiner spirituellen Essenz zu verbinden und deinen Weg mit Klarheit und Zuversicht fortzusetzen. Schließlich ist es von unschätzbarem Wert, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und gemeinsam zu wachsen. Ob durch spirituelle Gruppen, Workshops oder Online-Communities, der Austausch von Erfahrungen und Einsichten kann deine eigene spirituelle Praxis bereichern. Die Unterstützung und das Wissen anderer können dir neue Perspektiven eröffnen und dich inspirieren, noch tiefer in deine spirituelle Reise einzutauchen. Gemeinsam könnt ihr die hohen Schwingungen verstärken und eine stärkere, kollektive Verbindung zur spirituellen Welt herstellen. Nutze die Kraft deines Sternzeichens, um nicht nur dein eigenes Bewusstsein zu erweitern, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben.